Und ein Moinzen zu diesem Video zum Riesendeal, zum Paukenschlag zum VfB, wenn man die ganzen Überschriften lesen konnte. Es gab eine Pressekonferenz, die 100 Millionen sind im Raum, Porsche steigt ein, Mercedes bleibt trotzdem neuer Name fürs Stadion. Alles hier mal so ein bisschen die Infos zusammengefasst, so ein bisschen chronologisch. Es gab ja auch ein paar Live-Ticker und sowas dazu. Also, es geht um das Württemberger Weltmarkenbündnis, wie sie es genannt haben. Die Porsche AG kommt dazu als Sponsor für Nachwuchsbereich und Jugendabteilung unter anderem. Dazu wird auch geprüft, ob sie neben Mercedes und Jako auch Investor der VfB AG werden. Hier geht es um 5%. Ist noch nicht fix, wird aber wohl rechtssicher passieren. Und dann fließen wohl auch etwa diese knapp 40 Millionen, die auch Mercedes damals für ihre Anteile zahlte. Mercedes auch, geht nicht komplett, sondern zieht sie ein bisschen zurück, aber bleibt als Anker, Investor, Exklusivpartner und Mobilitätspartner. Was sie aber zum Beispiel auch abgeben, sind die Namensrechte am Stadion. Das tun sie auch unentgeltlich. Sie verzichten auf eine Gegenleistung. Ich glaube, es wird auch bis 2030 oder sowas gelaufen, die Stadionrechte. Also sehr stark auf jeden Fall da von denen aus. Und interessant ist auch, dass es für Porsche immer klar war, dass sie, also als auf sie zugekommen wurde, war immer klar, ja, sie haben Bock, aber sie übernehmen nicht. Also quasi nicht vom einen Autobauer zum nächsten, sondern beide bleiben. Und so ist es auch zusammen als zwei, also die zwei großen Autobauer beim VfB. Starkes Zeichen auf jeden Fall. Und Stadion, Namensrechte am Stadion übernimmt die MHP. Das ist ein Sportunternehmen von Porsche, zunächst für zehn Jahre. Da wurde nicht genannt, für wie viel Geld. Wird aber vermutlich ein bisschen mehr sein, als bei Mercedes noch davor, weil klar, die waren lange da, irgendwie 20 Millionen über einen langen Zeitraum. Und ich glaube, unterrechnet war es dann, habe ich gelesen, 0,7 Millionen pro Saison. Ich tippe mal, dass es dann schon ein bisschen mehr wird, was MHP dann zahlt. Und das eben auch schon ab dem 1. Juli, also ab sofort, auch schon ab nächster Saison, dann heißt das Ding nicht mehr Mercedes-Benz Arena, sondern MHP Arena ist der Name. Es gibt auch mittlerweile eine kleine Petition schon dazu, weil viele hoffen oder hoffen noch, weiß ich nicht, ob sich da irgendwas dran machen lässt, aber manche hoffen noch, dass man vielleicht ein bisschen an dem Namen feilen kann, zum Beispiel einfach ein MHP Neckarstadion draus macht oder sowas. Aber ja, ich persönlich glaube nicht wirklich daran. Es geht ja um deren Markennamen und wie sie es haben wollen. Sie zahlen das Geld. Ist aber auf jeden Fall ein bisschen schade, weil du hast ja eine MHP Arena halt auch schon mal. Du hast sie schon, ich glaube Ludwigsburg ist es dann, wo du das Ding schon hast, genau mit dem Namen. Finde ich ein bisschen schade. Vielleicht kann sie dann auch was tun, aber ich glaube es eher nicht. Und wie es ist auch Sagen auf der PK, der VfB wirft den Turbo an, denn das Gesamtvolumen von diesem Deal beläuft sich eben auf 100 Millionen Euro. Das soll den Verein weiter finanziell konsolidieren. Dazu eben in die Punkte Digitalisierung, Internationalisierung und Infrastruktur rein. Und natürlich auch sportliche Wettbewerbsfähigkeit, dass man aus einer Position der Stärke agieren kann. Ich fand es auch bei dem Ding, ich gebe da eine PK dazu, die sich natürlich trotz des Videos hier, jeder gerne reinziehen kann beim VfB-DPK. Was ich auch schön fand, dass man eben allen auf diesem Podium abnehmen konnte. Sie finden das geil, was sie gemacht haben. Sie finden den VfB geil und es geht um den VfB. Es gab sogar teilweise Szenenapplaus im Presseraum. Wirklich ein gutes Ding gewesen. Einfach ein gutes Gefühl gehabt beim Angucken von dieser PK. Das Ganze soll auch eine Sogwirkung für andere Unternehmen haben. Zum Beispiel der Kollege da von Porsche hat das auch so ausgedrückt. Andere große Player aus der Region sollen sich anschließen, weil zusammen den VfB groß machen. Das ist, glaube ich, wirklich das, was wir alle wollen. Alle schreien nur nach regionalen Partnern. Da hast du Porsche dabei, Mercedes bleibt auch noch da. Die wollen, dass weitere große Player kommen. Das klingt schon alles sehr, 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 sehr ordentlich. Was natürlich noch fehlt, ist der Trikotsponsor. Da seien wir in guten Gesprächen. Geht dann eben um Trikotsponsor und auch, glaube ich, Ärmelsponsor ist auch noch frei. Das heißt, das ist auch neues Geld noch. Also das ist nicht eingerechnet in die 100 Millionen. Das ist nochmal extra Geld. Da gibt es ja auch schon Gerüchte um eine Trikotvorstellung ohne Sponsor da. Vom Donnerstag und so habe ich, glaube ich, auch schon erzählt gehabt. Auf jeden Fall soll sich da auch was tun, aber keine Ahnung wann genau. Aber man ist jetzt in guten Gesprächen scheinbar und dann wird sich da auch was finden, denke ich mal. Und auch ganz wichtig, um darauf zu kommen, weil dasselbe gab es, glaube ich, auch schon, als Sport5 vorgestellt wurde, haben wir auch sehr erst gelesen von 50 Millionen pro Saison und sowas. Hier liest man von 100 Millionen und könnt jetzt eben meinen, so, jetzt geht es ab bei Transfers und sowas. Also hier muss man aber, glaube ich, wieder ein bisschen zurückrudern, beziehungsweise einfach vielleicht nicht zu Großes erwarten. Zu 100 Prozent bringt das Geld uns in eine bessere Ausgangslage, wie sie alle sagen, aus einer stärkeren Position aus agieren und sowas. Auch Werder hat es so geäußert, aber wie Werder es auch gesagt hat, es bleibt ein Teil des Geschäftsmodells, eben Spieler zu verkaufen und wenn Spieler einen nächsten Schritt gehen und dann eben auch das Geld stimmt, was gezahlt wird, dann gehen diese Spieler auch. Es ist weniger Druck da. Wurde auch so formuliert, dass das Muss bei Transfererlösen weg ist. Das ist eine große Frage. Wir kennen die ganzen Geschichten von, hier manche schreiben, wir brauchen 40 Millionen Einnahmen, die anderen schreiben 20 Millionen Einnahmen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit der Deal das alles jetzt ad acta legt, aber der Kicker schreibt auch, dass erstmal kein Cent fließt. Also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, in Transfers und so Geschichten. Also nur aufgrund dessen, dass jetzt dieses Sponsoring da ist und die neuen Partner da sind, heißt jetzt nicht gleich, dass Mafropanos und Sosa bleiben und ja am Sommermorgen vorgestellt wird, um das mal so ein bisschen überspitzt darzustellen. Kicker schreibt sich auch nochmal ganz gut rein. Vor drei Jahren hatten wir noch 46 Millionen Eigenkapital nach Corona und so weiter. Stein und Umbau, was immer da alles genau reinfließt, sind es jetzt noch 11 Millionen Eigenkapital. Und darum geht es erstmal, sich selbst zu stärken, in starke Positionen zu bringen, Eigenkapital zu stärken und eben, wie vorhin schon gesagt, Nachwuchs, Infrastruktur und so weiter. Ich bin natürlich bei Gott kein Finanzexperte, aber auf den ersten Blick muss man schon sagen, dass das alles schon sehr geil liest sich alles sehr, sehr gut, liest sich auch alles einfach sehr authentisch. Man kann es den Leuten abnehmen. Wie gesagt, ist auch, wie gesagt, eine ganz andere PK im Vergleich zum Beispiel zur Berater-PK von damals, wo ja auch, muss ich auch sagen, mein erster Blick war auch, boah, krass, Kedira und so zurück, ey, voll coole Nummer. Aber da war dann schon die PK dann das erste Rätsel, was das war. Aber das war hier eine ganz andere Pressekonferenz, eine ganz andere Präsentation. Das kam schon alles sehr, sehr viel besser rüber. Ich finde auch da dann an der Stelle, ohne wie gesagt, den kompletten Tiefblick dazu haben. Aber an der Stelle darf man, glaube ich, auch mal Werle und Vogt gratulieren oder Respekt zollen oder wie auch immer. Auch Kedira wurde gedankt am Ende nochmal. Kedira ist ja auch Markenbotschafter von Porsche. Vielleicht hat auch der ein bisschen was dazu geholfen, dann wohl. Und dann nochmal ein paar Stichpunkte. Weltmarkenbündnis, 100 Millionen, Eigenkapital und Stärke. Das klingt alles schon mal sehr, sehr ordentlich. Und was heute auch noch geklärt wurde, ist die Stadionfrage. Das Pokalspielerste Runde gegen die TSG Balingen findet in Reutlingen statt. Im Stadion an der Kreuzeiche, da passen 13.400 Plätze insgesamt rein. 5.000 davon Sitzplätze. Ist also einfach ein deutliches Stückchen größer auch als das in Balingen. Ist dann, glaube ich, auch von Bad Cannstatt und von Balingen recht ähnlich weit weg. Reutlingen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Morgen um 11 Uhr haben sie es auch geschrieben in der Pressemitteilung von Reutlingen. Soll das Spiel auch wohl terminiert werden. Und dann wird es wahrscheinlich auch dann im Laufe nach der Terminierung dann irgendwann klar werden, wie es mit Tickets und so weiter aussieht. Aber auf jeden Fall, glaube ich, schon mal eine gute Entscheidung, das Ding nach Reutlingen zu verlegen. Könnte heute echt ein wegweisender Tag gewesen sein beim VfB. Oder zumindest mal, gerade im Vergleich zu anderen großen Verkündigungen und so weiter vom VfB, glaube ich, wirklich mal wieder ein richtig guter Tag beim VfB. Muss aber eben in der Zukunft gucken, wo das Geld landet, wie es eingesetzt wird und so weiter. Da kann es natürlich auch viel Falsches mit machen. Aber wir beliefen jetzt erstmal. Wir hoffen jetzt einfach mal, wir glauben jetzt einfach mal dran, dass es sinnvoll investieren. Alle auf der Bühne haben es so rübergekommen, als hätten sie richtig Bock drauf. Und weitere sollen doch kommen und wollen VfB wieder stark machen und so. Ich nehme es erstmal als Grund auf positiv mit. Und dann schauen wir mal, was das ganze Geschichte in der Zukunft bringt. Natürlich, wie immer gerne eure Meinung zu allem hier in die Kommentare rein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.